Hallo Petros, wir sind zurück mit einer bombastischen Nachricht. Eine Legende aus Gladbach hat an ihrem 75. Geburtstag eine emotionale Aussage gemacht. Möchten Sie wissen, wer diese Legende ist und was sie gesagt hat? Dann abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen und bleiben Sie über alle Neuigkeiten aus Gladbach auf dem Laufenden. Eine Legende aus Gladbach feiert ihren 75. Geburtstag. Der große Kult Köppel gab in einem Interview einige kontroverse Aussagen ab. Köppel, der zusammen mit Wolfgang Kleff, Herbert Wimmer und Berti Fuchs der einzige Spieler aus der Fohlen-Ära ist, der alle Titel gewonnen hat. In einer Aussage sagte er, ich bin immer noch Fan und alles ist anders als es früher war. Aber die Erwartungen an das Team sind immer noch hoch. Sie sind jedoch weit entfernt von einem Meistertitel. Er fügte hinzu, dass er sich wünschen würde, dass Borussia einen besseren Fußball spielt. Ich denke, das ist der große Wunsch aller Borussia-Fans. Aber wie siehst du das? Stimmt ihr der Aussage von Kult Köppel zu? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal!